Einfach bedeutend für alle. CSR. Corporate Social Responsibility, also kurz die gesellschaftliche Unternehmerverantwortung. Es ist nicht nur ein Begriff, sondern es nimmt an Bedeutung zu für eine zukunftsfähige, erfolgreiche Unternehmensführung. Dafür haben wir die Core-Methode entwickelt, mit der Sie mit Ihrem Team zusammen Ihr Unternehmen weiterentwickeln. Und diese haptische Planungsmethode wird Sie Schritt für Schritt durch den Prozess durchführen und Ihre individuelle Strategie erarbeiten. Sie sehen, die Vielfalt der Farben symbolisiert auch die Vielfalt in Ihrem Unternehmen an To-Dos, an Ihren Mitarbeitern und an den Projekten. Und Sie werden eine Erfolgsmessung durchführen, mit der Sie genau sehen, was haben Sie für Maßnahmen eingesetzt, was hat Ihnen diese Core-Methode gebracht. Und Sie werden drei Erfolgsmodule haben. Das erste ist die Innovationsentwicklung in Ihrem Unternehmen. Das zweite ist die Kosteneinsparung. Und das dritte ist die Imageerhöhung. Ja, und wenn Sie jetzt neugierig sind, wie es weitergeht und wie wir zusammenarbeiten können, dann haben wir drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie erwerben den CSR-Koffer. Dort ist alles drin für Ihren technik- und ortsunabhängigen Workshop. Das zweite ist, Sie schicken einen Mitarbeiter zu uns, den wir ausbilden in der Core-Methode, der das dann bei Ihnen im Unternehmen durchführt. Und das dritte ist, Sie buchen einfach einen CSR-Berater von uns, der bei Ihnen im Unternehmen den Workshop durchführt. Also, was passt zu Ihnen und Ihrem Unternehmen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.